In Raumanzügen rücken Astronauten zu einer Marsstation aus, die hier in einem Krater in Israel errichtet wurde. Ihr Ziel, die Lebensbedingungen auf dem roten Planeten zu simulieren, um sich so auf eine mögliche Erforschung des Mars vorzubereiten. Die Expedition am AD-20 wird von Gernot Grömer, dem Direktor des österreichischen Weltraumforums, geleitet. Wir haben Forscher aus 25 Nationen, die sich hier versammeln, um die erste bemannte Mission auf dem Mars zu simulieren. Also haben wir eine sorgfältig ausgewählte Crew von sechs Analog-Astronauten aus verschiedenen Ländern, die die ersten Schritte unserer Gesellschaft auf dem roten Planeten nachahmen werden. In einem Monat wird Israel im Mittelpunkt einer Forschung des Human Space Fund für menschliche Mars-Missionen stehen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass der erste Mensch, der auf dem Mars laufen wird, bereits geboren wurde. Und wir, die Schiffsbauer sind, die diese Reise ermöglichen werden. Einer dieser Schiffbauer ist der israelische Analog-Astronaut Alon Tenzer. In den letzten zwei Jahren haben wir uns auf diese spezielle Mission vorbereitet. Wir evaluieren die Ergebnisse unserer Experimente, wir bereiten unsere Ausrüstung und uns als Team auf die Mission vor. Die israelische Negev-Wüste wurde aufgrund ihrer besonderen geologischen Gegebenheiten für die Expedition gewählt. Der Magdash Ramon hat eine fast einzigartige geologische Struktur und was wir hier nach tausenden Kilometern der Erkundung gefunden haben, ist, dass der Krater viele geologische Merkmale aufweist, die denen auf dem Mars wie Zwillinge ähneln. Hier können somit mögliche Komplikationen einer Mars-Mission durchgespielt werden. Wir testen das Material bis zum Äußersten und wir wissen, dass vieles kaputt gehen wird. Aber genau aus diesem Grund sind wir hier. Denn jeder Fehler, den wir hier machen, jedes Risiko, das wir hier eingehen, jedes Material, das hier versagt, ist etwas, wovon wir lernen. Und wenn wir hier einen Fehler machen, können wir besser werden. Und wenn wir einmal zum Mars fliegen, werden wir diese Fehler nicht mehr machen. Die Amade 20 Expedition läuft noch bis 31. Oktober.